Hey Kinder, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen Match, meine Damen und Herren. Ich zeig euch mal ein easy One-Shot, Headshot, Clickshot, Flickshot. Hallo? Oh, da war. Bitteschön. Oh, da geht es los. Mal gucken, ob sie sprechen. Hallo, Tink. Hey. Oh, ein Hey. Blau spricht jetzt aus. Sehr schön, sehr schön. Gucken, ob hier einer schon kommt. Ich sehe hier niemanden. Alles klar. Oh mein Gott. Prostata hat Ultra reingekloppt. Nice, I'm gonna plant default. Drück dir mal den One-Klick. Also noch einer von Main, ne? Ach du Kacke. Aber wir waren da wohl noch zu drin. Habe ich nicht gewusst. Ja, ja, ja. Nice, nice, nice. Nice. Spielverzeihung. Oh, nice. Wollte noch sagen, bleib vertanen, du. Hat er gut gemacht. Hat er wirklich souverän gerissen. Ich wurde halt da krass aus dem Spiel geholt. Das war schnell. Smog City. One-Klick, one-speed, äh, Hatchet. Hatchet ist down. Oh, was für eine schicke Nate, Mann. Habe ich gut gemacht. Dankeschön. Ja, ich weiß. Behind the Scamoli. Sehr schön. Nice, nice, nice. Rett bei uns, Rett bei uns. Und zwar brutal. Das Blankverteilen wird im Kampf. Wissen, man muss sich schon wirklich genau überlegen, wie man solche Hunden spielt. Wenn man da die Bombe gelegt hat, sollte man nicht zwingend sofort auf den noch verbleibenden letzten City gehen und dann noch großartig versuchen, den rumzupimmen. Lieber erstmal ein bisschen Zeit vergehen lassen. Bisschen abwarten, gucken, was er macht. Soll ich dem jetzt nur umdroppen, dem Kerl? Ah, er hat sich nicht mehr. Wo kommt der Kollege denn her? Go! Leute, die Bombe sollte man nicht vergessen. Nee, wahr? Jetzt bin ich halt zu spät hier in meinem Gang. No. Nice. Ja! Oh mein Gott. Oh, grün. Er schreckt mich nicht so, ey. Da hat er mich fast ein bisschen, hat er aber fast, hat er fast eine Klatsche gefuttert. Das wäre wieder das perfekte Beispiel für diese Lack-Geschichte gewesen. Wegen den Mace muss ich zurückgehen, um die Bombe zu holen, war dadurch verspätet und dann hätte der Kerl mich wahrscheinlich easy geklatscht, hätte ich nicht reingeflasht. Hätte ich den Fehler gemacht, nicht reingeflaschen, ja? Mein nicht vorhandener Skill, diese Flasche zu vergessen, wäre sein Glück gewesen und dann hätte er mich wahrscheinlich gekillt. Nach meinem Podcast zu der Sache fallen mir selbst auch immer, immer mehr Dinge auf. Ich dachte schon immer, mir fällt schon sehr, sehr viel auf. Oh mein Gott. Aber, ähm, ja. Jetzt auch nicht genug. Einer ist bei A. Am rumchillen. Ich habe das vorhandene, ich plane auf der Falle. Jetzt hole ich mir schnell die Waffe von dem einen. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl. Sehr schön. Wow, fuck! Ich habe ihm fast einfach in den Schuss gelaufen, ne? Alles klar, Mates. Musstet ihr jetzt einfach sterben? Oh, noise! Hi, war schon nicht schlecht. Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen an Feuer gerade. Bisschen an Feuer. Oh, oh, oh. Ich glaube, ich brauche Hilfe. Einer ist nahe mir. Vielleicht auch. Oh, fuck. Ja, Leute, nicht wahr? Ähm, hm. Ich weiß nicht, warum sie jetzt nicht direkt zu mir gekommen sind. Ich war ganz woanders mit der Bombe und hätte Unterstützung gebraucht. Okay, Männer, wie sieht es aus? Was machen wir? Gut, so als Carryboy fühle ich mich natürlich auch veranlasst, ja, diese Runde zum Sieg zu tragen. Oh, ich bin ihm auf den Leim gegangen. Gönnt euch, gönnt euch die Rickerino. Denn solange Rick mit uns ist, ich bete es was. Wie viele Kills habe ich damit schon gemacht? Schauen wir doch einfach mal. 8.437 Millionen. Ja, nice. Ist in Ordnung. Kann ich mit leben. Mach sonst mehr, aber. Na gut, ne? Habt ihr auch das Gefühl, dass ich hier sehr kacke stehe? Ist eh jetzt verfügt. Oh. So, Jungs, wir kaufen nochmal, gesagt. Alles klar. Die sind schon wirklich sehr krass, vor allem mit ihren AWPs, die aimen brutalst ab. Es ist ein bisschen schwierig, hier gerade was zu reißen. Oh mein Gott. Ich glaube, was von AWPs sind, der eine hat mit der P90 drei Kills gemacht, das ist klar. Komm, gehe ich halt Richtung A. Und hoffe einfach, dass es keiner merkt. Und dass ich auf da gehe. Okay, komm, sei hier nicht, sei hier nicht. Gut, gut. So weit. So gut. Oh Gott. Oh, was ein Überspiel. Ich muss schon sagen, dieser Herr hier. Ich frage mich, was ich ihm mit der Nate gegeben habe. Ich glaube, er war ziemlich im Epizentrum, oder? Er hat mich aber überrascht. Also er war sehr schnell da. Es schien so, als wenn er maximal auf Mitte gestanden wäre, um zu covern. Weit weg war er nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nice. Fuck, sorry. Dieses Timing. Das war so dumm, warum nehme ich einen Molly in die Hand? Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Eine Sekunde früher, und dann wäre er schon aufgehalten worden. Aber so. Komm, Baller durch das Ding. Da kann man durchbangen. Schade. Ich habe ihm eine gedroppt. Und er fragt, ob ich ihm eine droppen kann. Ist ja irgendwie... Tot. Nice, das ist gar nicht fast. Das war kacke. Also wir hätten schon direkt gehen müssen, aber der war halt die Smoke. Fuck. Einfach raus. Okay. Also wir haben immerhin schon fünf Runden, oder? Ja. Schaut mal, gehen wir auf Mid-Control. Da bin ich natürlich dabei. Oh, Jungs. Oh mein Gott. Ich meine gut, Fatih ist noch ganz oben. Solange ist noch alles gut. So, zwei gegen einen. Ihr habt die Bombe nicht. Na gut, habt ihr gut gemacht. Habt ihr euch verdient. Ein paar Lorbeeren sollten auch euch gebühren. Na, ist logisch. Schauen wir einfach mal, was wir jetzt hier machen können. Na, auf B. Ohne Smoke, äh, nichts los hier. Das ist unangenehm. Down. Maybe one on the spot, B. Okay, I don't know. Head shut down. Oh, da hab ich natürlich wieder einen geilen Vorstoß gemacht. Muss ich mir schon selbst mal eben... Ich, wenn's... Was? Ja. Aber ich wollte eigentlich überleben. Wenn's last. Hat er den gesehen, weil der gerade so fuck überrascht war. Nice, nice, nice. Es läuft. Ich sag es mal so, es läuft. Ähnlich wie Wasser, Suppe oder Durchfall. Es läuft. Das klingt ja immer so unkollegial. Wie jemand den Leuten einfach nur anschreit, aber gar nicht zusammenarbeiten will. Don't forget the bomb. Please don't forget the bomb. Ich mag's immer, wenn die Bombe irgendwo hier so ein bisschen am Mann ist. So ein bisschen. Nicht bei dem, der gerade vorne rumrusht, aber so ein bisschen am Mann. Okay, A, wurden wir gepimmelt. Das heißt, wir gehen am besten mal Richtung B. Der hat 100% genascht ohne Ende. Leute, Leute, Leute. Rollt ihr mich gerade? Wie viel verschissener Schuss hat der abbekommen, ohne zu sterben? Nice. Let's to heaven. Gut, da snick ich mich langsam ran. Ich versuch's mal. Oh mein Gott. Ich versuch's mal. Ich geh mal langsam hin. Ja, irgendwie versagen sie gerade ziemlich, die Cities. Wahrscheinlich kommen sie nicht an genug Geld für ihre Doppel-ABP-Action. Einer auf A und einer auf, ähm, oh mein Gott, da ist sie schon. This is our fight. One B on spot, I saw me. One Wenz, I think, Wenz. Nice. Still B-side. Nice. Oh, 4 gegen 3. Komm schon. Wir müssen schön die Oberhand behalten. Ach Gott, weil ich mich umdrehe wegen dieser blöden Molly-Kacke, ob die bei mir ist. Um zu gucken, ob die bei mir war. Bestellst du die Flamme, werde ich fast überrumpeln. Also frech halt. Okay, eine. Two middle. Please, two main. Ah, one is down. Die verziehen sich aber scheinbar wieder. Highway, one coming. Need help. Two side. Two highway. Sehr gesagt. Ich werde jetzt versuchen, einen kleinen Deagle-Klick zu drücken. Hier direkt bei Main. Ich hoffe, dass sie nicht rushen. Falls ja, wird das etwas unangenehm. Okay. Sie kommen nur Mitte. Ja, sieht so aus. Heilige Scheiße. Ich habe gerade mehrere Klicks auf einmal bekommen. So, und jetzt ist es rum mit der Übeltäterei. Wir haben nämlich eine Kaufrunde. Ich hoffe, dass mein zweiter Spieler nicht durchgehend am K stehen. Bleibt außer er hat eine AWP. Er ist wirklich brutal am chillen da hinten. Kriegt jetzt keiner mit, dass die Bombe da down ist, sage mal. Ich muss es echt durchrufen. Headshot. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was? Ich komme drauf und sehe drei Kills und ich mache keinen. Ich höre nur, einer hat noch zwei HP. Ich schmeiße ein Nade auf zwei Leute und trifft nicht. Dann ist einer links, dann ist einer rechts. Ich bin zu bescheuert, um irgendwas zu machen. Ich war wohl eine gute Zielscheibe und konnte dadurch den anderen freie Zeit verschaffen, zum eigenen Zählen. Von daher passt das. Ich bin jetzt halt voll low an Cash. Das ist ein bisschen blöd. Nice. Ich bin gespannt. Ich denke, sie bauen einen Rush auf. Main down. Und? Still Main 1. Oh, wie dumm. He's low HP in Main. Ich wollte jetzt mit der Nade vor und den auf den killen auf Highway. Ohne überhaupt drüber nachzudenken, dass in Main nicht auch noch 100 Leute sein könnten. Das ist ein ziemlich hartes Kompf an Kompf an. Ich gucke jetzt direkt in Main rein. Ich hatte den Top Spawn, das heißt, vielleicht kann ich da einen kleinen Headshot setzen. Hallo, hallo. Main is coming. Nö, weil der Gegner kann mich ziemlich penetrieren. Nice, nice. Ah. Sag einen Kommentar. Okay, Jungs, wir sollten forsen, ne? In den richtigen Händen ist so eine Farmers ja auch eine Tötungsmaschine, ne? Merkst du was? Er hat noch 8 HP, ja gut. Okay, Jungs, es sieht schlecht aus hier mit dem Kaufen. Scheiße. Ah, vielleicht geht jetzt da ein kleiner Headshot rein. Oh, 3, 2, 1. Blub, blub, blub. Nicht mehr gleich. Wir haben schon wieder zwei Tode auf B. A is coming. Da geht wieder nur der Headshot rein. Ah, aber halt nur einer. Vielleicht bekomme ich ja wenigstens den Asyl. Da, 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 da. Oh, kriegst du, oh, er macht den nicht. Das ist auch der Neivester, dieser Exi, glaube ich, ja. Ist schon nicht schlecht, no? Ist schon nicht schlecht. 14.11 sieht es vielleicht für das ungeschulte Auge sehr schlecht aus, aber keine Sorge. Also super. Ich habe jetzt übrigens gerade getauscht mit einem und werde jetzt auf B hustlen. I'm gonna stay B. Ich bin mir sicher, dass hier gleich was kommt. Bomb down on A. I'm coming. I'm gonna roll take you A2. Dann gehe ich mal in die Mitte gucken. Mit down. Jawohl, na also, na also. Es war gut, dass wir gewechselt haben. Das war sehr, sehr gut. Ich hätte es selbst auch erkennen müssen, dass ich auf A gerade nicht viel ausrichten kann. Wenn ihr das merkt, dass es gar nicht läuft, fragt einfach, ob ihr tauschen könnt. Oftmals läuft es dann bei einem anderen auch nicht so gut und dann... Warum hat ein Auto-Snipe? Würde ich jetzt nicht zwingend freiwillig spielen, ne? Blau, wenn was kommt. Mollisch direkt wie so ein Wahnsinnischer. Okay, Blau, und ich mache das jetzt... Was? Ach, Mann, ist Klaus, shit. Ach, Scheiße, Leute, das ist doch jetzt nicht wahr. Der war echt da schon links gestanden. Mistiger Mist. Jetzt müssen wir aber schon hier noch einen Draw holen, meine Herren, ne? Ja, ja. Up is down. Okay, incoming. I'm coming behind. Bombonai. Yellow! Yellow war doch direkt in denen drin gestanden. Ich habe Schiss gehabt, ihn zu treffen. Der war ja gar nicht da. Wo war der? War der auf der Kiste oben? Ich kann es gar nicht oft genug sagen, wenn das Team ganz in Ordnung ist, dann macht es einfach Spaß. Also dann rollt das Spiel. Auch wenn es dann los ist, ist es nicht so tragisch, aber es fuckt halt ultra, wenn man irgend so einen Bastard hat oder zwei, die so richtig bescheuert sind, dann entzieht es einem den ganzen Spaß. Vielen Dank, dass du das Video hier geschaut hast. Falls es dir gefallen hat, kannst du einen Daumen nach oben geben. Ich soll euch jetzt immer daran erinnern. Ich weiß, ich weiß. Oh, ich habe es vergessen. Und vergesse auch nicht zu kommentieren. Irgendwas mit Schokolade. Ciao!